Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. Ich habe euch letzte Woche gefragt, welche Themen euch besonders interessieren und ihr habt euch auffällig oft das Thema Tipps fürs Lernen mit euren Kindern gewünscht. Ist ein sehr schönes und vor allem super wichtiges Thema, zu dem es auch viele und vor allem hilfreiche Tipps und Tricks gibt. Ich komme ja selber aus dem pädagogischen Bereich, also ich bin Realschullehrerin. Muss allerdings dazu sagen, dass das Unterrichten sich schon schwer unterscheidet vom Lernen mit dem Kind als Elternteil, aber trotzdem stecke ich gut drin im Thema und kann deshalb, glaube ich, einiges Hilfreiches in diesem Video von mir geben. So, es ist halt einfach so, dass es neben den Kindern, die gerne zur Schule gehen und mit wirklich viel Motivation ihre Aufgaben abarbeiten, es fast ebenso viele Kinder gibt, die sich nur schlecht konzentrieren können, die eben nicht gerne zur Schule gehen und sich vielleicht sogar auch beim Erledigen der Hausaufgaben oder auch beim Nachholen der Aufgaben, die in der Schule nicht erledigt wurden, mit Händen und Füßen wehren und einfach nicht zu motivieren sind. Und deshalb fragen sich, glaube ich, wirklich viele Eltern, so habe ich es jetzt jedenfalls auch den Kommentaren entnommen, was kann ich tun, damit mein Kind gerne zur Schule geht? Wie bekomme ich es hin, dass es vom Lernvermeider zum Gerne-Lerner wird? Darum dreht sich dieses Video. Es hat allerdings auch viel mit der inneren Einstellung zu tun, deshalb muss ich so zwischen diesen Praxistipps in diesem Video auch so ein bisschen ausholen und erklären. Ich versuche aber alles wieder möglichst kurz und knapp zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, was im Prinzip alle Eltern zu diesem Thema verinnerlichen können, damit sich dieses positive Mindset beim Kind einstellt. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und hoffe, ihr könnt viel daraus mitnehmen, denn das hilft nicht nur den Kindern unheimlich viel weiter, sondern auch uns Eltern. So, ich weiß, ich kenne euch ja mittlerweile, ihr wollt am liebsten immer kurze und knackige Praxistipps. Es gibt zu diesem Punkt auch einen sehr guten, das sind diese Motivationskärtchen hier, aber ich muss dafür mit dem theoretischen Ansatz starten, weil der wichtig ist und für mich auch sehr grundlegend. Und zwar hat die Macherin von einer Webseite, Liebe und Hirn heißt sie, das in einem kostenlosen E-Book sehr schön beschrieben. Das verlinke ich euch unten in der Infobox einmal, vielleicht möchtet ihr da nochmal nachlesen. Ich raffe das jetzt alles in dem Video nämlich etwas stärker zusammen. Also es geht darum, dass jeder Mensch entweder ein statisches Selbstbild oder ein flexibles hat. Also ein statisches Selbstbild zeichnet sich halt dadurch aus, dass ein Kind oder auch ein Erwachsener, aber wir bleiben jetzt mal bei einem Kind, denkt, meine Klugheit, also meine Intelligenz ist statisch. Die hat einen festen Wert, also die ist nicht veränderbar. In manchen Dingen kann ich was besser, andere Dinge kann ich gar nicht und werde es auch nie können. Da fehlt mir einfach das Talent dazu. Meinetwegen, ich bin sportlich, aber in Mathe bin ich eine Niete. Hört sich erstmal plausibel an, also das kennen wir alle, manche Sachen fallen einem leichter als andere. Aber das Entscheidende daran ist, dass ein Kind mit einem statischen Selbstbild denkt, dass es niemals etwas daran ändern kann. Also Fehler sind für diese Kinder zum Beispiel auch was ganz Schlimmes und zwar auf jeder Ebene, weil sie bestärken praktisch ihre Schwächen und fühlen sich an wie eine Bestrafung. Also Fehler verstärken sie im Denken darüber, dass sie eben einfach nicht so schlau sind, Mathe nicht so gut können oder eine Aufgabenstellung einfach nicht verstehen können. Das heißt, dann kann ich nicht, verstehe ich nicht, will ich nicht. So, und die Kinder mit einem flexiblen Selbstbild dagegen, die denken anders. Die denken, manche Sachen kann ich gut, andere weniger gut, aber wenn ich mich anstrenge, dann kann ich alles lernen. Wenn ich mein Gehirn trainiere, werde ich schlau. Und auch ganz wichtig, Fehler sind für sie nicht bedrohlich, weil aus Fehlern können sie lernen, also sich verbessern und daran wachsen. Die sind eine Hilfe für die, also sich weiter verbessern zu können. Genauso wie mit Kritik. Also die sehen die Kritik nicht als Angriff, sondern als Hilfe oder Aufforderung, was zu verändern und sie sind in der Lage, das auch zu tun. So, und was, glaube ich, jeder jetzt daraus ableiten kann, die Kinder mit dem flexiblen Selbstbild. Das sind die Gerne-Lerner-Kinder. Also die üben und lernen gerne, denn sie wissen, dass vieles erstmal schwierig ist, bevor es leicht wird. Und ihnen ist auch bewusst, dass sie die Dinge nur noch nicht können, aber dass sie mit Anstrengung viel erreichen können. Und die wissen, Üben und Lernen macht sich stärker und schlauer. Also das denken die Kinder mit einem statischen Selbstbild nicht. Die verhalten sich deshalb lernvermeidend. Und jetzt kommen wir von hier mal direkt zum passenden Praxistipp. Also das Selbstbild ist eine innere Einstellung und kann von euch mit beeinflusst werden. Also bestärkt eure Kinder, wo es nur geht im Aufbau ihres flexiblen Selbstbildes. Also diese kostenlosen Motivationskarten hier, die habe ich ebenfalls von Liebe und Hirn. Die gibt es da kostenlos und ich fand die direkt perfekt. Und habe sie sofort ausgedruckt und ausgeschnitten, weil die sind als Grundlage schon mal super für euch. Also ihr bekommt motivierende Beispielsätze an die Hand, könnt sie selber verinnerlichen und eurem Kind dann im Alltag nebenbei immer wieder vermitteln. Also zeigt sie ihnen, lest sie ihnen vor, lasst sie ihre Lieblingskarte aussuchen, gebt sie in der Federtasche mit oder oder oder. Also wenn sich das Selbstbild von statisch auf flexibel ändert, dann erleichtert ihr euren Kindern das ganze Leben. Weil es geht um die grundlegende Einstellung halt zu sich selbst und was man praktisch mit so ein bisschen Anstrengung alles erreichen kann. So der nächste Punkt, den ich als ganz groß und wichtig einstufe und der für Kinder, die sich eben lernvermeidend verhalten, unbedingt umgesetzt werden, sollte meiner Meinung nach, sowohl als Hilfe für die Kinder, aber auch für uns Eltern, schafft euch eine feste Lernzeitroutine. Also Hausaufgaben und das Nacharbeiten von Schulstoff sollten einem Grundschulkind in jedem Fall als Pflicht vermittelt werden. Also dann das Lesen und Schreiben und Rechnen, das ist nichts, das man jetzt im Leben auch einfach mal lassen kann. Das hat auch für mich nichts mit bedürfnisorientierter Erziehung zu tun, weil es ist einfach die wichtigste Grundlage, um in der Gesellschaft klarzukommen. Allerdings kann sich halt diese Lernzeit bei Kindern mit Lernvermeiderhaltung oder auch bei Kindern mit Lernschwächen natürlich unendlich weit ausdehnen und bei ungeduldigen Eltern zusätzlich natürlich auch irgendwie die Beziehung zum Kind anfressen. Also das will natürlich keiner. Deshalb sollte man wirklich die Lernzeit klar eingrenzen und definieren, damit die Kinder halt einen festen Rahmen haben, sich darauf einstellen können und sie sich halt nicht ausdehnen kann. Weil sie brauchen natürlich auch ihre selbstständige Spielzeit, die brauchen Hobbys, Verabredungen mit Freunden und so weiter. Das ist genauso wichtig wie die Basics im Schulstoff. Also das muss beides irgendwie parallel laufen. Und ein klarer Rahmen könnte meinetwegen sein, Lernzeit ist jetzt immer montags und mittwochs und zwar genau 45 Minuten jeweils, beispielsweise im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr. Und da als Praxistipp, da hilft wirklich ein Wochenplaner für Kinder. Wir haben ja einen im Shop, wir haben den selbstentwickeln und er ist genau in solchen Fällen eine echt gute Alltagserleichterung. Also ihr seht hier mal beispielhaft, Janiks Lernzeiten liegen jetzt auf Montag und dem Mittwoch. Danach kann man Hobbys und Freizeiten anpinnen, aber auch Arztbesuche zum Beispiel. Die Basic-Magnete, die sind alle enthalten, genauso wie die Wochentage. Und viele zusätzliche Magnete zum selber basteln gibt es dann noch im kostenlosen Download-Bereich zur Erweiterung sozusagen. Also auch Lehrmagnete sind dabei für Hobbys oder Dinge zum Beispiel, die jetzt nicht zu den klassischen gehören. Also so ein Wochenplaner gibt den Kindern wirklich viel Struktur und Sicherheit und das ist tatsächlich auch bei diesem Thema hier wieder sehr hilfreich im Alltag. Den gibt es übrigens jetzt passend zum Video im Wandel der Woche, falls ihr euch jetzt dafür interessieren solltet. Ich will passen, dass ihr immer so ein bisschen auf das Videothema an, was wir im Wandel der Woche anbieten. So und dann finde ich einen Timer, zum Beispiel eine normale Eieruhr daneben, auch noch super praktisch. Also die hilft den Kindern einfach, diesen Zeitrahmen zu überschauen und sich in dieser Zeit dann auch besser konzentrieren zu können, weil der Zeitrahmen halt begrenzt ist und nicht ausufert. Und wenn das Kind eine Pause braucht, wird die Zeit gestoppt. Pausen sind wichtig, dazu komme ich gleich. Gut, dann komme ich mal zum Ablauf. Also wie so eine typische Lernzeit ablaufen kann, weil bei vielen Kindern führt der Ablauf ein bisschen zu Problemen. Zu diesem Punkt, aber auch zu vielen anderen Punkten aus diesem Video, habe ich viel von Fabian Grullimund gelernt. Also Fabian Grullimund ist ein Psychologe, der leitet die Akademie für Lerncoaching mit und öffnet wirklich die Augen der Eltern, was das Thema erfolgreich lernen mit Kindern angeht, meiner Meinung nach. Also wärmste Empfehlung. Beginnen kann man die Lernzeit jetzt, finde ich, zum Beispiel mit einem Ritual. Also darauf stehe ich neben den Routinen einfach total. Das könnte zum Beispiel ein Gong oder eine Klinge sein, die von sich aus einfach dem Kind sagt, jetzt ist es soweit. Anstatt, dass ich dann sagen muss, komm, jetzt müssen wir aber mal anfangen. Also das finde ich einfach schöner und dieses Signal ist bei den Kindern einfach schnell im Kopf und die werden anfangs vielleicht schlecht gelaunt sein, aber immerhin werden sie zum Arbeitsplatz stapfen. Und jetzt kann das Ganze natürlich damit starten, dass euer Kind nicht anfangen will. Worst case, aber viele kennen es vermutlich. Also hier finde ich es ganz wichtig, einfach am Ball zu bleiben und sie nicht aufzuschieben. Dem Kind kann man zum Beispiel sagen, wahrscheinlich musst du jetzt erst mal zehn Minuten meckern, aber es geht nicht anders, dann meckern ein bisschen und sag mir Bescheid, wenn wir anfangen können, ich warte. Also das funktioniert wirklich. Die allermeisten Kinder meckern dann noch ein bisschen und fangen dann an. Ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen Geduld, aber habt im Hinterkopf, die fangen gleich an. So, beim Punkt Konzentration, da starte ich mal mit der sich sehr banal anhörenden Pause. Also fünf Minuten Pausen zu machen, ist total wichtig, damit es halt so diesen Wechsel gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Also wichtig, um sich überhaupt erst mal konzentrieren zu können und auch um das Gelernte ins Langzeitgedächtnis zu befördern. Pausen machen damit die Lernzeit nämlich viel effektiver. Also eine Pause kann im besten Fall jetzt zum Beispiel mit Bewegung gefüllt werden, mit Lüften, aber auch zur besseren Sauerstoffversorgung, ist auch hilfreich. Aber auch mit dem Wasser trinken oder einfach mal Wasser zu gurgeln, ein bisschen was Gesundes zu snacken oder auch zum Beispiel ein kurzen Lieblingslied, bei dem laut mitgesungen wird. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass eine Pause sogar super sinnvoll ist, bevor man überhaupt mit der Lernzeit anfängt. Weil gerade Kinder, denen das Konzentrieren nicht leicht fällt, die gehen mit einem richtig hohen Erwartungsdruck an die Lernzeit ran und dieser Druck blockiert dann wieder die Aufmerksamkeit. Also so eine kurze Pause oder eine Übung, die dem Kind dann Freude macht, die stimuliert den Nerv im Gehirn und die Anspannung lässt dann nach. Wasser trinken klingt genauso banal, ist aber tatsächlich auch sehr wichtig für die anhaltende Konzentration, deswegen sage ich das hier auch nochmal. Und hier finde ich den Tipp sehr schön, normales stilles Wasser einfach mal zum Konzentrationswasser umzubenennen. Und das, weiß ich nicht, in einer schönen Wasserkaraffe vielleicht, mit so ein paar Steinen wie Bergkristall oder Rosenquartz, so ein bisschen ansprechender aussehen zu lassen. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach helfen können. Weitere Kleinigkeiten sind zum Beispiel so ein Sitzkissen. Das Kind sitzt da rauf wie auf so einem Gymnastikball. Und das ist nicht nur gut für die Rückenmuskulatur, sondern das wirkt auch diesem gehassten Stillsitzen entgegen. Also das Kind kann hiermit seinen unerfüllten Bewegungsdrang sozusagen auch während des Arbeitens ausgleichen, indem es sich praktisch so ein bisschen drauf hin und her bewegen kann. Ja, und dann habe ich noch von so einem Handschmeichler jetzt im Zuge des Videos hier erst was gehört. Und zwar soll das genauso wirken. Also das kann so ein glatter Stein sein oder die Dinger gibt es auch zu kaufen. Und die können die Kinder dann einfach so leicht in der Hand bewegen, was auch dem Bewegungsdrang so ein bisschen zugutekommt. Ich glaube, genauso müsste dann ein Antistressball wirken. Genau, sowas kann man zumindest mal ausprobieren. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Was definitiv schadet, sind natürlich alle Dinge, die ablenken. Das betrifft einen chaotischen Arbeitsplatz, aber das betrifft natürlich auch Geräuschquellen wie leise Musik und den Fernseher natürlich. Fast das größte Problem ist, was man nämlich kaum vermeiden kann, sind Leute, die in der Familie einfach ins Zimmer kommen, wie zum Beispiel die kleine Schwester. Und hier finde ich es super sinnvoll, einfach so ein Stoppschild für die Tür zu haben. Das kann theoretisch schnell selbst gebastelt werden, aber sowas gibt es auch nicht teuer zu kaufen. Voraussetzung ist, dass dann wirklich auch erstmal beide Elternteile darauf achten, dass in der Lernzeit und wenn dieses Stoppschild dranhängt, wirklich niemand ins Zimmer geht. Das muss auch erstmal reinkommen in die Köpfe. Dann komme ich zum nächsten Punkt, der vor allem wichtig ist, wenn ihr beim Lernen neben eurem Kind sitzt. Also viele Kinder lernen ja auch schon alleine. Nehmt euch dabei selber mal unter die Lupe. Also das ist übrigens der Punkt, der mich an Fabian Grolimons Büchern und Videos am meisten beeindruckt hat oder an dem ich danach das meiste an meinem Verhalten verändert habe. Und zwar sagt er gerne zu den Eltern in seinen Seminaren, nehmt euch doch mal beim Danebensitzen selber auf Video auf, wenn ihr mutig seid. Also ich persönlich finde, man muss sich jetzt gar nicht aufnehmen. Die Vorstellung dazu reicht mir schon, dass man sich praktisch selbst und sein Verhalten mal reflektiert und sich selber mal beim Lernen mit dem Kind beobachtet. Und witzig fand ich halt, dass die meisten Eltern dann gesagt haben, oha, ja mit mir würde ich auch nicht gerne lernen. Die meisten sitzen dann nämlich irgendwie so mit verschränkten Armen da und gucken skeptisch auf das drauf, was das Kind da halt gerade macht, korrigieren ungeduldig und wenn das Kind dann mal hochguckt, dann nimmt das halt auch genau das wahr. Was ein Kind beim Lernen aber natürlich bestärken würde, wäre zum Beispiel ein freundliches Gesicht, ein Lächeln, ein Lob, einfach Ermunterung als Feedback. Also sucht wirklich aktiv nach Dingen, die ihr loben könnt, statt Kritik zu geben für das, was euch nicht in den Kram passt. Das ignoriert man im besten Fall. Also man findet immer was, was man loben kann. Und diese Wohlfühlatmosphäre, die stärkt beim Lernen nicht nur die Motivation, sondern natürlich auch wieder die Bindung. So und dann finde ich auch, dass man sich als Eltern nicht immer nur so starr auf den eigentlichen Schulstoff konzentrieren muss und auf die Aufgaben, die jetzt vorgegeben werden, auf Druck und Zwang abgearbeitet werden müssen. Also das sind ja alles Aufgaben, die sind zur Übung da und man kann auch anders mit den Kindern üben. Ich finde, das ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen. Dann sind halt im Schulblock ein paar Seiten frei, aber das Kind hat vielleicht auf andere Weise genau das geübt. Das ist vor allem bei Kindern, die jetzt Lernschwächen haben oder auch lernvermeidende Haltung haben. Die fühlen sich nämlich durch die Schule und das Lernen in ihrer Freizeit beraubt. Also hier gibt es auch ein schönes Beispiel von Fabian Golemund. Also um ein Kind zum Freiwilligen Lesen zu bringen, kann man zum Beispiel einfach den Trick anwenden und vor dem Schlafen gehen fragen, magst du jetzt schon das Licht ausmachen, wenn es Schlafenzeit ist? Oder möchtest du mir noch 15 Minuten was vorlesen? Und die meisten Kinder entscheiden sich dann zum Vorlesen. Das geht nämlich in dem Fall nicht von ihrer Freizeit ab. Ja, und wenn die Kinder nicht von sich aus lesen und lernen, dann schaut man am besten auch zuerst auf die Interessen. Also hier ist zum Beispiel das Star Wars Fieber ausgebrochen. Und davon gibt es halt zum Beispiel Erstlesebücher oder auch Matheübungsheft, Erzählwürfel, eine Scrabble-Version oder auch eine UNO-Version. Und dann lesen sie manchmal plötzlich oder spielen die Lernspiele oder lösen freiwillig Matheaufgaben. Also das kann eine ganz, ganz große Wirkung haben. Also wir haben zum Beispiel auch allgemeine Mathe-Lernkarten im Shop, die auch schon mal viel ansprechender aussehen, weil sie einfach bunt sind und mal anders bedruckt. Und die Kinder können sich mit einem Stern selbst belohnen, indem sie ihnen dann auf die fertig bearbeitete Karte aufkleben können. Also das motiviert natürlich auch. Und hiermit kann man zum Beispiel diese ganz wichtigen Basics in der Schule super aufarbeiten. Ja, und wobei die Kinder dann auch sehr viel lernen, das finde ich auch als eine wunderschöne Idee, die fest im Wochenplan zu verankern. Die habe ich mir jetzt kürzlich bei einer Freundin abgeguckt. Also lasst euer Grundschö Kind doch einmal fest in der Woche das Abendessen kochen. Ganz allein und selbstständig. Also am Anfang seid ihr noch unterstützend dabei und helft immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich, wie man das auch bei den Hausaufgaben machen soll. Hier eignet sich dann zum Beispiel so ein Schulkochbuch mit ansprechenden Bildern. Und das dauert nicht lange, bis euer Kind das komplett alleine schafft. Das ist eine super Alltagsbeschäftigung, die ihnen wirklich Spaß macht, bei der sie konzentriert lesen, abwiegen und messen können und allen in der Familie im Prinzip dann ein tolles Abendessen zaubern können. Und dann gibt es natürlich auch wieder positives Feedback, viel Lob für Fleiß und lecker essen. Und dadurch ist euer Kind dann motiviert und freut sich schon wieder auf die nächste Kochstunde. Und am Ende lernt euer Kind auch noch kochen und vielleicht auch noch einkaufen dazu. So, dann habe ich jetzt genug geredet. Ich hoffe, wie immer, dass ihr was mitnehmen konntet und dass der Alltag beim Lernen für euch und eure Kinder mit diesen Tipps vielleicht so ein bisschen entspannter wird. Dranbleiben kann ich nur sagen, auf jeden Fall lernen ist wichtig und eure Kinder werden es euch später garantiert auch danken. Ich sage Tschüss und bis bald.